Und was siehst du dann? Es ist, als stünde die Zeit für einen Augenblick still. Ich sehe nichts. Ich fühle es. Im England des 11. Jahrhunderts Hast du dich nie gefragt, wie es in uns aussieht? Weißt du nicht, was die Kirche mit Leichenschändern macht? Die brennen auf dem Scheiterhaufen. Entdeckt ein junger Mann seine wahre Bestimmung. Der Tod wird ihn holen. Du hast ihn tot gefühlt. Ja. Ich will beim größten Medikus lernen, den die Welt je gesehen hat. Getrieben von Neugier Was ist das? Die Welt. Verlässt er seine Heimat. Etwas Schöneres habe ich noch nie gesehen. Der größte Medikus, den die Welt je gesehen hat, lehrt dort. Ibn Sinan. Meine zukünftige Frau. Gestattet mir sie euch vorzustellen. Die Pest unterscheidet nicht zwischen Arm und Reich. Soll es eine Drohung sein? Engländer. Keine Drohung. Das ist die Wahrheit. Wir kämpfen um jedes einzelne Leben. Menschen sterben und wir können nur zusehen. Es wird Zeit, dass du uns in deine Geheimnisse einweist. Der Scher wird euch dafür bestraft. Teil der Scherstand gezählt. Auf dem Schlachtfeld als König. Wie soll ich das tun? Werde ein großer Medikus. Der Medikus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017